Morgen Leute, das ist der erste Tag, das Wetter ist strahlend und wir sind auch schon verstrahlt, denn wir sind schon nachts unterwegs gefahren und das war auch nicht falsch, denn wir haben schon ein paar Staumeldungen gekriegt. Deswegen probieren wir jetzt gerade Umfahrungen, die an Badeseen vorbeigehen. Wir werden dann sozusagen diese Wellness-Tour auch weiterhin auf Badeseebasis aufbauen. Von Badesee zu Badesee, um die Staus rum und wenn ihr diese App wollt, dann schreibt mir. Wir verkaufen die inzwischen, ist nicht ganz billig, aber es ist die Badesee-App und die hilft euch dann besser als Google Maps oder alles was es so gibt auf dem Markt. Also einfach Bescheid sagen, die Badesee-App. So, endlich angekommen im schönen Tübingen. Gleich geht's los auf der Bühne und weil ihr nicht dabei sein könnt, seht ihr jetzt erstmal ein paar schöne Impressionen aus Tübingen von den Afrika Tagen. Und gleich sehen wir uns dann beim Konzert hier in Tübingen. Spannende Musik Und jetzt kommt es dann wieder auf die Haut. Everybody needs somebody. Everybody needs some money. Everybody needs some... You, you, I need you. You, 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 I need you, you. I need you, you, you. So, jetzt ist Schluss.